Und er holt sich den Kissen hier auf Platz 1 und er ist hier auch wieder ganz vorne unterwegs auf Platz 1. Und jetzt Sven Doberstein, ich dachte mal auf 670. Also, komm mal hier, jetzt hoch. Aufstieg und 5. Ein Fahrzeug von den Vorländern. Da vorne wird eins rausgedreht. Die Steppanin Neukauf ist nicht mehr mit dabei, hat das Feld verlassen. Und Dossi fährt hier entspannt einen Sieg entgegen. Und Vizemeisterkurs. Die Lugbo ist auf der 2. Schuss. Die Lugbo ist auf der 2. Schuss. Die Lugbo ist auf der 4. Die Lugbo ist auf der 4. Ein Trigger auf der 1 zurückgefallen. Letzte Runde für die Leckscharks-Vorschläge. Die Lugbo ist auf der 1. Schuss! Das ist ganz entspannt. Der Lugbo ist auf der 1. Schuss. Die Lugbo ist auf der 1. Schuss. Der 1. Schuss. Die Leckscharks-Vorschläge. Der Lugbo ist gut drauf. Riesenabbaus. Die Leckscharks immer noch ganz entspannt. Unter links, die 4 und Klaasold, 3, 1, 1, 1, die Wettbewerse. Mal auf der 2, Witzel, die Marathon. 3, bitte Start, die Marathon. Klaas, die kleine Zutrausel. Ein spannendes Kessel-Darfinale. Blackshirts, Neuschelitz, auf 1, losziele es sich Bayern. Er holt sich den Sieg, die Wettbewerse. Die Sieg zur Meisterschaft, 4, in Kessel. mit der Startnummer hoch, 818, der Mann, die Rätsel ist aus, 1, 2, 6, Platz 3, Jobbinder, 4, 4, 4, 5, auf der 4, 5, die Vorländer, auf 5, die Motorsportbrote, auf 6, Rating Teenager, auf 7, die Voldeposter-Bütze, das war sie, die 60 PS-Klasse, die...